Wir begrüßen Sie zur 364. Folge unseres Stehgreif-Spiels, die liebe Familie. Ja, das haben Sie jeden gelesen und wir haben auch wirklich die Absicht gehabt. Aber wissen Sie, wir machen das jetzt seit 13 Jahren. Natürlich ist uns auch schon passiert, dass sozusagen in der Früh uns mitgeteilt wurde, der eine oder andere Mitwirkende ist leider erkrankt und kann nicht mit dabei sein. Das konnten wir bisher immer auffangen, aber heute ist es eine Premiere. Heute hat uns nämlich eine Hauptdarstellerin erst knapp jetzt vor der Sendung wegen plötzlicher Erkrankung abgesagt. Und da konnten wir nun wirklich nicht mehr das Ganze neu improvisieren und müssen diesmal unsere liebe Familie sozusagen ausfallen lassen. Das heißt, nein, ausfallen, also das kommt überhaupt nicht. Wir haben uns gesagt, mein Gott, also wir sind ja nicht nur eine liebe Familie im Fernsehen, sondern wir gehören alle zur lieben Familie der Schauspieler. Die Schauspieler sind nicht immer sehr befreundet miteinander. Man streitet, man hat Ärger miteinander. Aber letztlich ist es doch eine große Familie, die sich immer wieder zusammenfindet. Und so haben wir uns gesagt, naja, also wenn wir schon nicht unsere liebe Fernsehfamilie heute machen können, wollen wir Ihnen vielleicht ein bisschen was erzählen aus unserer großen Familie der Schauspieler. Einige von uns sind ja noch aus einer Zeit, wo es hieß, der König des Theaters ist der Schauspieler. Ihm und nur ihm allein gehört die Bühne. Das hat einmal ein gar nicht unbegabter Regisseur, der Reinhardt hat das gesagt. Und zu den Zeiten, wo ich begonnen habe, da gab es in Wien neben dem Direktor Reinhardt in der Josefstadt, gab es noch einen anderen großen Direktor. Das war der Direktor Dr. Rudolf Beyer im Volkstheater. Bei dem habe ich damals meine Karriere begonnen. Weil zum Beispiel in einem Stück drinnen, das damals sehr populär war, das hieß die Affäre Dreifuß. Und in dieser Affäre Dreifuß kommt eine große Gerichtsszene vor. Und in dieser Gerichtsszene war irgendein kleiner Gerichtsassessor oder sowas, der herumgesessen ist. Und einer der Verteidiger in dieser Szene war ein damals sehr bekannter und sehr guter Schauspieler. Der hieß Karl Forrest. Und dieser Karl Forrest, der war wirklich ein ausgezeichneter Schauspieler. Er hatte nur eine kleine Neigung zu alkoholischen Getränken. Und das hat mit der Zeit dazu geführt, dass er ein bisschen in der Stimme verloren hat. Das hat ihn aber nicht gehindert daran, Schauspielunterricht zu geben. Und so hat er zum Beispiel seinen Schülern dann immer gesagt, das ist wirklich sehr fein Schauspieler, das ist die klare Aussprache. Und dieser Karl Forrest spielte ja so einen Verteidiger in der Szene. Und da hat er am Anfang von der Szene eine längere Rede, da hat er 15 Minuten lang gar nichts zu tun gehabt. Und dann hat er plötzlich aufzuspringen und zu schreien, Herr Oberstleutnant Picard, was wissen Sie von diesem Schriftstück? Das ging im Allgemeinen ganz gut. Nur einmal bei einer Nachmittagsvorstellung, der gute Karl Forrest, hatte vielleicht zum Mittag um einen Tropfen zu viel getrunken, schlief er nach der Rede am Anfang ein, weil er da 15 Minuten nichts zu tun hatte. Und dann kam die berühmte Stelle mit, Herr Oberstleutnant Picard, was wissen Sie von diesem Schriftstück? Die Soufflöse brüllte, Forrest schreckte auf und sagte, Herr Oberstleutnant Picard, was wissen Sie von diesem Frühstück? Ende der Szene. Naja, der Bär, der ja ein hervorragender Direktor war, musste leider, wie so viele andere, dann weg von Wien und musste aber von Berlin, Schrosch, wieder zurück und hat dann in der sogenannten, im Arbeiterheim in Ottergring, das man damals die Platzer nannte, machten wir eine Vorstellung Lombazziwacker-Bundus. Und in diesem Lombazziwacker-Bundus spielte eine berühmte Wiener Volksschauspielerin, Hansi Niese, den Knierin. Naja, das hat nämlich schon vor der Zara Leander hat schon Leute gegeben, die ein Brumpus gehabt haben. Berühmte Sache, die Niese, das Knierin, ja. Und nun hat natürlicherweise der Bär, der das dort dann gemacht hat, sich gesagt, wenn er schon so einen teilen Star hat wie die Niese, müssen die anderen billig sein. Und da hat das meiste andere also mit kleinen Schauspielern gesetzt und die zwei anderen großen Rollen, den Zwirn und den Lein, den spielten zwei damals begabte Anfänger. Der eine war der Hans Holt, der spielte den Lein und ich spielte den Zwirn. Die waren nämlich damals wirklich ganz dünn. Also wir natürlich, der Holt und ich, wir waren ganz entzückt, dass wir sowas machen dürfen, sind auf die erste Probe, ich komme an Leseprobe. Also ich habe sie natürlich schon auswendig kennengelernt. Mein erster Freund kommt, ich will sie gerade sagen, sagt sie die Niese. Denke ich mir auch. Kann passieren. Erfahrung mit dem Prominent. Es kommt die zweite, die zweite Freund. Ich kann gar nicht so schnell reden, ich war schon wieder gewesen. Als das bei der dritten wieder der Fall war, habe ich gesagt, verzeihen Sie mir, Sie scheinen eine andere Ausgabe von Nestrol zu haben als ich. Da sagt sie, ja, Göl, Burschel, da wunderst du dich, dass ich immer alle Pointen vom Zwirn sage. Sag ich, ja, da wunderte ich mich wirklich. Na ja, weißt du, kannst du dich an den Söldigen Straßmeier erinnern? Na wirklich nicht, der war schon 20 Jahre tot. Also woher sollte ich mich an den Söldigen Straßmeier? Sag ich, weißt du, das erste Mal, wo ich den Knie eben gespielt habe in Lombazi, hat der Söldigen Straßmeier regiert. Und da haben wir einen Zwirn gehabt, der war sehr unbegabt. Und da hat der Bruder Straßmeier zu mir gesagt, Hansi, mit dem fallen wir durch. Sag ich, aber nein, das wird schon werden. Sagt er, nein, 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 es gibt noch eine Rettung. Die Pointen, die der Zwirn hat, die musst alle du sagen. Na, ich habe mich gestreut. Und jetzt sagt er, an jungen Kollegen, den Pointen wegnehmen. Nein, das mache ich nicht. Aber der Straßmeier war ja der Regisseur, der hat mich zwungen. Dann habe ich es halt dann gesagt, und es war ein Erfolg, ein solcher Erfolg. Nach der Premiere ist mir der Straßmeier um den Hals gefallen und hat gesagt, Hansi, du warst großartig. Aber eins muss man versprechen, immer wenn du den Knirr im Wohl spülst, musst du alle, weil du die Pointen vom Zwirn trank. Und jetzt, sag ich es halt weiter. Aus Bietät viel soll ich. Das ist das Beste. Na gut, was habe ich tun können? Nix. Aus Bietät. Also die bietätvolle Hansi-Wilfe hat alle meine Pointen gesagt. Natürlich im Laufe der Vorstellung haben wir gedacht, irgendwie werde ich da regangen. Und da kommt ja eine Stelle in Lumpazi vor, wo der Knirr im Sing Reduard und Kunigunte, Kunigunte und Eduard. Singern kannst du nicht. Nein, das war ja wirklich jetzt markiert. Und das ist in dem Fall wirklich genau. Na gut, also habe ich eines Tages an der Stelle mich gewendet zum Old als Neim und gesagt, du, weißt du, wie der Schuhe es da mit dem Vornamen heißt? Sagt er, nein. Sag ich, na, er heißt Anton. Sagt er, wieso heißt er Anton? Sagt er, na ja. Sag ich, nein, weil er alles auf Anton sieht. Na, die Niesel, die Beben, die Olle Niesel. Also, zweimal will ich das noch machen können. Beim dritten Mal hat sie auf die Frage, weißt du, wie der Schuhe es da mit dem Vornamen gesagt? Na, natürlich weiß er, ich heiße Anton, weil ich alles auf Anton bin. Also, mein Paret war wieder weg. Da habe ich mir gedacht, eins riskiere ich noch. Das nächste Mal. Das nächste Mal. Wie sie sagt, Anton, so, Schuhe es da, du weißt nicht einmal mit deinen Vornamen, du heißt nicht Anton, du heißt Willibald. Sag ich, wieso heiße Willibald? Sag ich, na ja, weil wann du zum Singern auffangst, Willibald furteln. Hast du ja die Ohren mal gemacht. Das habe ich nur einmal sagen dürfen. Am nächsten Abend hatte der Bär mir allgemeines Sprechverbot erteilt, nämlich also außerhalb der mir übrig gebliebenen. Das war mein großer Erfolg. Aber ich will nicht die ganze Zeit. Illa, Illa, was hast du erlebt? Erzähl mal. Ja, also, erlebt habe ich wahnsinnig viel, weil ich so lange beim Theater bin und beim Film, aber meine Geschichte stinkt bestimmt ab, meine Herrschaften, ihr braucht es auch nicht zu lachen. Ich finde es halt noch komisch. Die allererste Sendung von der lieben Familie, da war natürlich also in uns drin eine wahnsinnige Aufregung, weil es ja doch, also, stegreif ist und mit einem Wort große Aufregung und ich am meisten und ich hatte leider Gottes den Anfang, was immer sehr schlimm ist. Und das war so festgelegt. Die Leute wussten ja noch nicht, wo das Ganze spielt, die kannten nicht die Wohnung und gar nichts. Also, ich muss aus der Küche rausgehen, im Vorzimmer Licht machen, dann sehen die Leute das Vorzimmer, dann da hereinkommen, hier Licht machen und der Gang ist deshalb, weil das Telefon klingelt. Alles sehr gescheit überlegt. Und dann dort hineingehen, ins Arbeitszimmer von Franz und da Licht machen und dann mein Telefongespräch. Während ich spreche, klingelt es wieder, aber diesmal ist es die Haustüre und ich laufe hin, mache die Tür auf, der Franz steht vor der Tür. So. Also, Dieb, es beginnt, es beginnt, es beginnt, und ich höre läuten und ich renne durchs schwarze Zimmer. Wie ich so, nein, nein, ah ja, eben, ja, er weiß besser. Nein. Sie hat nämlich die Tür aufgemacht, statt zum Telefon zu gehen. Ja, das wollte ich aber dann erzählen. Das ist gut, Sie haben aber einen alten Killer, ne? Das nennt man Reiner. Meine Herrschaft, denken Sie sich den Schluss. Nein, ich verstehe, aber trockst du dich noch nicht. Ja, ja, ist gut. Wenn Sie was erzählen, dann werde ich auch so reagieren wie die Niese. Pass auf. Na ja, sicher, das ist schon. Also, ich meine, die Niese ja nicht rennt. mit dem Klingeln, leider Gottes, und bin also statt dahin, dahin gerennt, und da stand ein völlig fadert, so relaxed, der Stoß, weil er ja gedacht hat, ich kann mir noch lange nicht trauen, und er macht so durch die Penen und reißt mich und zieht mich aber durch, mit aller Gewalt durch das Ding, und dann habe ich aber sehr besonnen gleich telefoniert, das muss ich sagen. Und die schreckliche Sache war leider so lustig, war es nicht, denn die von uns geliebte und verehrte Silvia Dönig sitzt im, wie heißt dieser Raum? Regie. Im Regieraum. Und war eigentlich der Ohnmacht näher wie allem anderen. Hat den Kopf versteckt, wusste nicht mehr, was macht es mit der Kamera, was ist los, wie geht es weiter, und wurde getröstet von Mabot, der, glaube ich, saß noch neben mir. Naja. Schön, wie ich mir die Brüste. Im Klassen haben wir damals natürlich nicht wie heute drei Monate oder vier Monate probiert, sondern manchmal auch nur ein, zwei Tag. Zum Beispiel zu Allerheiligen und Allerseelen musste ja damals immer gespielt werden, ein Stück, das hieß der Müller und sein Kind. Und in dem Müller und sein Kind, das war ja jedes Jahr zu Allerheiligen eine Probe. Den alten Müller spielte der Eduard Leubner, und ich hatte mich gemeldet, ich sei studiert, als der Junge, ich war natürlich nicht studiert, aber ich habe es geschwinkt gern, und nun hatte der alte Müller, hustet sich ja in dem Stück sozusagen zu Tod, und der Leubner hat also gehustet, gehustet, aber nicht wegen dem Husten, sondern weil ich überhaupt keinen Text eingefallen habe. Und inzwischen hat also die Soufflöse schon gebrüllt, heute ist Weihnachten, und endlich nach längerer Zeit hat der Eduard Leubner das nicht bekommen, hat sich so aufgerichtet zu mir und hat gesagt, also, wie ich eben höre, haben wir heute Weihnachten. Naja, dann war ich ja später, weil ich ja direkt da in Tropa zunächst einmal, da konnte ich natürlich nicht alle Rollen nur mit Schauspielern besetzen, die kleinen Rollen mussten auch herangezogen werden, in Spezient und Chorherren und so weiter, und da haben wir in einem Lustspiel, haben wir nur gebraucht, einen Diener, der herein kam und zu sagen hatte, der Marquis Dobigny, und der hat das nicht rausgebracht, Dobigny und so, und ich habe zu ihm gesagt, hören Sie zu, Sie sind doch auch Wiener, Sie werden doch noch sagen können, Dobigny, sagt er, ja, das geht, also von nun an ging es, der Marquis Dobigny, wunderbar, bis zur Premiere, bei der Premiere, da hat ihn allerdings dann wiederum das Lampenfieber gepackt, und er hat schlicht und einfach erklärt, der Marquis, ich bin eh da, was er dem Inhalt nach, Wienerisch ist, in dem so im Ganzen nicht. Natürlich, ja, wir sind ganz französisch, ich bin dann gut da dran. Guido, du bist so schweigsam, was hast du? Ich bin nicht schweigsam, ich denke nur nach ein bisschen, die Liebenzuseher, werden wahrscheinlich glauben, dass das ein natürlich aus lustiger Beruf ist, der nur aus Anekdoten besteht, was sehr gut erzählt, muss ich sagen. Und da muss ich Ihnen sagen, dass ich heute eigenartig berührt bin, und zwar in ernster Form. Wir hören so lange nichts von Menschen, die wir gut gekannt haben, auch schlecht gekannt. Und der Franz hat heute den Dr. Rudolf Bär, dessen Schüler ich auch die Ehre hatte zu sein, erwähnt. Und das hat mich gefreut, weil ich diesen kranken Dr. Rudolf Bär, der viel mitgemacht hat und ein eigenartiger Mensch war, lange nicht gehört hat. Und so habe ich ihn gehört. Ich werde ihn aber auch aus der Direktionsseite etwas erzählen, was das betrifft. Faust, da kommt, nach Burgdorf kommt rauf, gewiss das, und jetzt wirst du wahrscheinlich wissen, wie der Kerl hat, der war Apotheker in Freiburg, in Breisgau, und die Naive, die gespielt hat, war seine Freundin. Weiß es nicht mehr. Da ist nichts dabei, also Kursum, der hat Regie gehabt, und er saß unten, und ich weiß nicht, er hat mich irgendwie nicht sehr mögen, warum weiß ich nicht, ich weiß nicht, bin ich eine Freundin oder was, aber das ist ja wurscht, das ist schon lange vergessen. Und ich habe begann, nach Burgdorf kommt rauf, gewiss, dort findet ihr die schönsten Mädchen und das beste Bier, und Henrum, von der ersten Sorte. Der junger Mann, sagt er, das ist Hühner gemeint, ich habe die Röhne spielen wollen, und ich habe mir gedacht, danke schön, nach Burgdorf kommt rauf, erzählt er, gewiss, dort findet ihr die besten Händel, nein, ich habe es Ihnen doch gesagt, das dürfen Sie nicht machen. So, wie heißt, ich darf es nicht machen, ich sage es dir, es ist deutlich, schlecht gesprochen, die schönsten Händel, sagt er, und das erste Bier, habe ich gesagt, geht in Ordnung, bitte, entschuldigen, nach Burgdorf kommt rauf, gewiss, dort findet ihr die schönsten Händel und das erste Bier, ich habe die Röhne spielen wollen, so war das in Tropa, schön war es. Vom Bär gibt es ja, der hat ja doch auch eine Schule, also Sie müssen, da sagt er, warte, also bei ihm Schiller, da fällt mir diese Geschichte ein vom Kortner, der auch bei, und der Bär noch Schiller war am Volkstheater, und der erzählt hat, da wurde gespielt, ich glaube, Oedibus, oder ein antikes Stück, wo der Chor war, und der Chor war aufgeteilt auf einzelne Sätze, und die Schüler waren halt alle wahnsinnig happig drauf, also jeder einen Satz zu haben, und noch einen Satz, und noch einen Satz, und dann haben sie dann im Konversationszimmer, hat der Kortner, ich glaube, mit einem Freund, ich weiß nicht, wer es war, Rosenberg, der Gleisner, ah bitte, die haben also nun begonnen, ihre Sätze zu verkaufen, da wurde dann also ein Schacher getrieben, der hat gesagt, da bitte ich, ich zahle, ich weiß nicht, da müssen wir sein, Schilling oder Dreschilling, oder was das, oder noch Kronen waren, wenn es mir den Satz gibt, und ich gebe dir den Satz, und da haben sie sich das also so, und der Kortner schreibt dann, also es hat dann so geendet, am Abend ist er überhaupt nicht mehr ins Theater gegangen, hat Kassi, und hat seine Sätze verkauft, und das ist wieder zu Hause gegangen, und hat überhaupt nicht mehr mitgespielt, weil er alle seine Sätze an den Kollegen verkauft hat, nicht? Ja, man ist ja, geschäftstüchtig, Sie sind ja sicher schon aus einer viel jüngeren Zeit, aber Sie haben da sicher auch schon die eine oder andere Geschichte erlebt. Ja, ja, die eine davon ist, habe ich gar nicht, also nämlich die Geschichte schon, aber das Rundherum gar nicht so gut in Erinnerung, und das war ein Stück, das an der Josefstadt stattgefunden hat, im Jahr 71, Herbst 71, und zwar war das Bunbury, die werden das noch in guter Erinnerung haben, und das ist ein Stück, das so als Ganzes nicht so besonders gut geglückt ist, um es milde auszudrücken, und besonders mein John Werthing, also liegt wirklich jetzt mit Recht, weil es furchtbar war, und das einzig Nette daran war, dass der Ernstl Waldbrunn den Pastor Chasable gespielt hat, und wir daher also Privates sehr nett hatten in dieser, also Privat hatten wir es überhaupt nett, aber es war der Abend, ist, wie gesagt, so eher daneben gegangen, und da gibt es eine Szene, wo der Pastor Chasable kommt, von der Taufe, und erzählt, und weg geht, und nie wieder kommt, in dem Stück. Und ich hatte das erste Stück an der Josefstadt, den lachenden Apfel, der Waldbrunn, damals Regie gemacht, und wir haben uns eigentlich sehr angefeindet, und waren sehr, sehr gut miteinander. Und an diesem einen Abend in Barnbrunn geht der Waldbrunn ab, und ich drehe mich um im Rücken zum Publikum, und sage ganz leise, Baba-Burschi. Also muss man wissen, dass der Waldbrunn in Freundeskreisen Burschi genannt hat, aber ganz leise, Baba-Burschi. Und ich habe gedacht, damit ist der Fall erledigt, jetzt habe ich mich auch einmal getraut, so privat was zu sagen, aber nicht gerechnet, dass der Waldbrunn zurückgekommen ist. Und ganz laut, jetzt aber in der Vorstellung jetzt gesagt hat, was haben Sie gesagt? Sir? Und dem Sir war schon die Kritik, wie ich die Rolle spielen konnte. Und ich habe sofort so einen Ballon gehabt, violett, und habe nicht mehr gewusst, wohin schon. Nein, das ist nicht, Sie haben mir was gesagt, Sir? Und ich habe dann so herumgestottert, und habe gesagt, nein, nichts, ich habe nicht, nicht sagen Sie nichts, Sie haben was gesagt, Sir? Und dann habe ich also endlich beim dritten Mal gesagt, ich habe gesagt, auf Wiedersehen, Herr Pastor. Ach so? Ich habe nämlich Baba-Burschi verstanden und ging ab. Gemein. Und hat mich dann stehen lassen. Vis-à-vis stand der Peter Martin, steht der älger Nummer gespielt. Nein, abgegangen nicht. Aber ihm sind ihm so die Tränen runtergeronnen, die Claudia Rischl, die die Quallionin gespielt hat, hat den Kopf hier in meinem Sakko gehabt und kam bis vorhang nicht mehr raus. Und daneben stand noch die Marianne Nentwig, die die Sessele gespielt hat, und hat auch so eine mit riesigen Augen, der Walponistrast in der Gasse gestanden, wiederzogen. Nein, ich habe... Zu mir wirst du nicht mehr Bursche sein. Nein, weißt du, Guido, wenn du so neben mir sitzt, fällt mir ein, du warst ja durchaus ein temperamentvoller Herr. Ja, ja. Du hast vor allem einmal jahrelang, hast du darum gekämpft, dass man nicht wissen sollte, dass du ein Kaderl getragen hast. Ja, das war vor allem. Ein Kaderl, also ein Toupet. Toupet, ja. Also da war damals noch im Bürgertheater, wo ich damals Direktor war, und wir spielten ein Stück, das hieß die Fiat Camille, und er spielte ja seinen Kümmerer, seinen Klavierspieler, und das war die Lengauer, nicht? Die Lengauer war es, ja. Und die Lengauer spielte die Fiat Camille. Und der Guido, also ganz erpicht darauf, dass ja niemand erfährt, dass er ein Toupet trägt, weil er hat damals noch großen Wert darauf gelegt, ein fescher Burscht zu sein. Und bei der Silvester-Vorstellung von der Fiat Camille, die hatte, wie das damals üblich war, ein Kostüm, das in die Zeit gepasst hat. Ich meine, heute wäre das ja ganz anders. Heute würde es ja wahrscheinlich kommen, als Kabergöl oder so. Aber damals hat sie also so ein Kostüm gehabt, so mit Rüschern und Knöpfern und so weiter, und sie hat ihn einmal über den Kopf gespielt. Sehr gut. Und bei dem über den Kopf streichelt... Und er hat Klavier gespielt, selber natürlich. Er hat Klavier gespielt, und sie streichelte ihm über den Kopf und mit einem Knöpferl von ihr nahm sie auch das Toupet in. Und nun hink das Galb vom Guido am Kleid von der Lengauer und das Publikum brüllte natürlich vor Lachen und beide wussten nicht, warum. Weil sie es überhaupt nicht bemerkt haben. Weil sie es nicht bemerkt haben. Endlich, nach langer Zeit, haben sie es bemerkt. Als der Vorhang fiel, hat die Lengauer fluchtartig ihre Garderobe aufgesucht und hat sich in der Garderobe eingesperrt. Weil sie wusste. Der Guido war ja ein Teufel. Der Guido an die Tür, mit beiden Fäusten hingehämmert, komm heraus, du hast mir das zum Fleiß gemacht, mir das Toupet herunterreißen. Also es ist dann weitergegangen, aber es hat sich sehr geklärt. Naja, ich sagte, schau, das ist nicht nur Eitelkeit, sondern es war auch konkurrent mit der Rolle. Es ist der Brotberuf, wie ich schon gesagt habe. Und für mich war also da, mit diesem Silvester war es eigentlich zu Ende. Weil ich da gedacht habe, das war eben nicht zu Ende. Du hast nachher gezeigt, was du für ein großartiger Charakterschauspieler bist, wo du nicht mehr gezwungen warst, aufzupassen aufs Kader. Naja, aber weil sie sagen, nicht wissen, warum die Leute lachen. So etwas passiert ja manchmal. Und da kriegt man dann irgendein schlechtes Gewissen. Aber bei uns ist etwas anderes passiert, dem Harry Fuß und mir. Wir haben gespielt Haus der Temperamente. Und das ist ja eine viergeteilte Bühne. Und wir waren also oben im ersten Stock. Ich war also die phlegmatische Tochter und der war der cholerische Sohn. Und das war eine Vorstellung, die einen riesen Erfolg hat. Und wir hatten, ich weiß nicht, 32 oder was Szenenapplaus. Und an einer Stelle kniet der vor mir und ich saß an so einem Stickrahmen und es war immer ein riesen Szenenapplaus. Und wir haben uns, haben gesagt, weißt du, warum da die Leute eigentlich applaudieren? Oder so. Wir sind so gut. Der kniet und auf mich ist das so gut. Wir haben es nicht gewusst. Damals schon gehabt, ich glaube, 40 Vorstellungen. Und dann haben wir gastiert damit in Recklinghausen. Und irgendwie habe ich meinem Mann dann gesagt, wieder haben die Leute applaudiert. Sag ich, wir verstehen das nicht. Kamer war halt zum Beispiel, der Harry und ich, wir haben da immer einen Szenenapplaus und wir wissen eigentlich nicht genau, so komisch ist das gar nicht, was man sagt. Sag ich, das weißt du nicht. Da tritt unter euch der Kohut auf, als ein melancholischer Sohn mit einer Lilie. Und der hat einen Auftrittsapplaus. Und wir haben das vierte Vorstellungen, die du nicht gewusst hast. Dann glaubt, wir haben den Birn da einen Applaus. Aber mit dem Kadel gibt es auch eine Schellweck, die Foto B, von Kurt Boat, der den Malvolio gespielt hat. Das kennt sie? Der hat den Malvolio gespielt und musste so durch eine Dornenhecke und hat so einen geklebten, so einen Ziegenbart gehabt und blieb mit dem Ziegenbart in den Dornen hängen. Und dort aber noch nicht nervös oder irgendwie fahrig, sondern sich ganz sorgfältig wieder mit dem Bart aus der Hecke gelöst und ist zurückgegangen. Und jetzt hing das Toupet. Ist hingegangen, hat das Toupet so aus der Hecke genommen, ist vor zum Souffleur gehausten, hat gesagt, Toupet or not Toupet. Das ist halt wirklich fair. Das ist halt wirklich fair. Naja, da man sich im Bürgertheater, das es heute ja längst nicht mehr gibt, da steht heute die Zentrale von der Z. Zentrale Spack, ja. Da haben wir auch gespielt, die letzte Operette vom Edmund Eisler. Der Edmund Eisler war ja in der Nazizeit verfolgt, ist dann nach 1945 natürlich einigermaßen rehabilitiert worden und ist relativ jung, oder jung, also bald gestorben, ich glaube im Jahr 1947 und es gab dann daher für ihn so eine Art Staatsbegräbnis. Es war also ein Zentralfriedhof und es waren, weiß ich, 26 Redner, die also, ich war die Nummer 12, der Nummer 13, damals als Präsident des Direktorenverbandes und als letzter Redner, selbstverständlich dem Protokoll gemäß, der damalige Bundespräsident. Der Bundespräsident war der frühere General Körner, der zunächst einmal Bürgermeister von Wien war, nach 1945, und dann war er also Bundespräsident. und dem hat man natürlich, weil ich ja vom Theater nicht sehr viel Ahnung hatte, hat ihm ein Beamter ein schönes Manuskript geschrieben, er hat sich auch brav an das Manuskript geholpen, nur dann ist er plötzlich übermütig geworden und hat sich an das Manuskript nicht mehr gehalten und sagte dann, ah, und so nehmen wir Abschied von einem großen, berühmten Musiker, der das weltberühmte Lied geschrieben hat, Küssen ist keine Schade. Da lache ich jetzt, habe ich das schon zehnmal von dir gehört, noch immer schreie ich, aber ich... Die Trauergemeinde schaut nicht an. Die hast du schön eingeschaut, ja. Ja gut, in der Nazizeit musste ja leider viele von unseren großen Schauspielern emigrieren, darunter auch die großartige Komikerin Gisela Werbezirk. Und die Gisela Werbezirk war also dann in Amerika und da hat man sie eines Tages gefragt, sagen Sie, Frau Werbezirk, sind Sie happy hier in Amerika? Sagt sie, wissen Sie, happy bin ich schon, aber wirklich bin ich nicht. Jetzt möchte ich fragen, die Jüngste, die ganz Junge, hast du schon eine Geschichte für uns? Ich weiß nicht, ob ich die Pointe nicht auch vermassel habe. Wie ich bestimmt nicht so vermassel, wie ich kannst du das gar nicht erzählen. Also es ist vor kurzem bei uns passiert im Simpel, wir haben Vorstellungen und wir haben immer Probleme mit der Technik. Aber im Simpel gibt es sogar eine Technik. Kleiner war fein. Und wir spielen gerade, wir sind gerade beim Finale und plötzlich geht also das Licht aus, es ist stockdunker, keine Musik, gar nichts. Das wäre das für mich. Gut, also brav wie wir sind, singen wir weiter, spielen das Finale, wir haben uns halt einfach gedacht, nur nicht aufhören. Es wird aber nicht mehr hell. Und wir haben einen sehr gewissenhaften Inspizienten, der dann auch den Vorhang gezogen hat. Aber das nicht nur einmal, sondern er hat gezogen, so wie immer, Vorhang zu, Vorhang auf, Vorhang zu, Vorhang auf. Und es ist aber weder hell geworden, noch sonst irgendwas. Und wir braven Witzchen haben uns alle verbeugt. Kein Mensch hat was gesehen, aber wir haben uns verbeugt. Und das Finale war insofern dann noch sehr lustig, es wurde auch also dann nicht mehr hell, wie das Publikum bereits nach Hause gegangen ist. Und die haben also mit Kerzenlicht ihre Mäntel gesucht, das war schrecklich. Und beim Nachhausegehen habe ich dann ein Paar belauscht, die gesagt haben, nein, es war ein bisschen ein ungewöhnlicher Schluss, aber nicht schlecht. Das ist ja reiht, schön, sehr schön. Das ist auch noch eine Geschichte. Achso, Entschuldige. Ja, ich glaube nicht, dass ich die verhau, aber es könnte sein. Wir reichen die Daumen. Also ich spielte die Vivi in Frau Worns Gewerbe in Hamburg. Schöne Rolle. Und Frau Worn war die Ida Ehre die Prinzipalin, mit der ich sehr befreundet war. Und wir beide haben sehr gern gelacht. Und zum Schluss, das Schluss von diesem Stück ist so, dass die Vivi streng, wie sie ist, an einem Schreibtisch sitzt und die Mutter steht vor ihr, schaut sie so an und sagt, Gott helfe einer Welt, in der jedermann anfangen wollte, das Richtige zu tun und geht ab. Vorhang. Und die Idusch hat eines Abends gesagt, sie hat sehr große Augen gehabt, so große, Gott helfe einer Frau, in der jedermann anfeuern wollte, das Richtige zu tun. Sie war so wundern. Und dann bin ich nur gernweil einschaut. Da hab ich nur so ein bisschen eingeschaut, dann ist der Freund gefallen. Und sie, und dann hörte ich hinten einen Putzerer, da hat sie sich auf die Bretter gesetzt, weil sie so verzweifelt war, dass sie es weitergesprochen. Die Geseller-Werbezirk, die hat man dann auch einmal gefragt in Amerika, sagen Sie, Frau Werbezirk, wie gefällt Ihnen Hollywood? Sag, grüß Gott, Hollywood, Burgersdorf mit Palmen. Und das Köstlichste von ihr war, von der Geseller-Werbezirk, fragte man sie eines Tages, also, warum sind Sie hier in Amerika nicht glücklich? Sagte sie, Herren, wie kann ich in einem Land glücklich sein, wo man meinen Vornamen von Scheisela ausspürt? Ja, schrecklich. Sie hat Gisela-Kassel, du wolltest was sagen, Guillaume. Ja, ich wollte, ganz kurz, wieder Stichwort Brotberuf, ich kam, binnen sieben Tagen war das, ich war unter Wenzel in den Kammenspiel und in der Nachtrevue, und binnen sieben Tagen stand ich in New York und binnen neun Tagen habe ich gespielt, also, weil ich Operette spielte, weil ich betanzt habe, und so weiter. Und ich habe mit dem Kapellmeister eine Kurzfassung ausgemacht, das war ein sehr lustiger Jugoslave, und der hat gesagt, sagst du, der will dir dein, dein Honorar nicht zahlen? Sag ich, ja, ich habe ein Puffer-Honorar, und der Schober ist ein singender Bombi-Bahn, singender Tenor, ich kriege 10 Dollar. Sag, das machen doch mir, pass auf, ich klopfe so oft ab, wie du willst, und wir spielen drei Meter aus. Und richtig, also das drei Meter aus, und die sind, halt, die Lärchen mit, der Plaut, der Schober und so weiter, auf einmal aus. Der, das war ruhig, als der, was ist mit Ihnen und so weiter, der hat aufgeklopft, und hat noch einmal, und ich habe gesagt, sieh, was ist die Schuld, mir 10 Dollar, ich kriege 10 Dollar, aber wieso, wieso? Das ging dreimal, dann hat er sich hingestellt, und ich im Kostüm, ne, und hat sich hingestellt, und hat seinen Checker rausgeschrieben, mit 10 Dollar, und hat mich angeschaut, und ich habe den Checker rausgeschrieben, so ist es recht, horch, horch, die Lärchen, die Meter blau, und habe das hingestellt. Na ja, so im Laufe eines langen Theaterlebens erlebt man ja vieles. Einen besonders netten Kollegen habe ich gehabt, in der Josefstadt, der war auch Betriebsrat in der Josefstadt, und der war ein bisschen deswegen gefürchtet, er war ein Grabredner. Er ist also wirklich immer am Grab gestanden, und hat letzte Worte nachgerufen. Also bitte, solange er nachgerufen hat, toi, 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 für drüben, war schon eigenartig, aber das ging noch. Ein anderes Mal hat er gerufen, lebe wohl, das war schon etwas auffälliger bei den Toten, aber das war noch lang und nicht die wirkliche große Leistung. Die große Leistung war dann schon, wie er einen Kollegen, der mit dem Vornamen Franz hieß, nachgerufen hat, kommt hoch, pratschen. Das war schon sehr schön. Einem anderen hingegen hat er einen guten Ratschlag mitgegeben, am Schluss, den hat er nachgerufen, nicht aufgeben, weiter kämpfen. Es war nicht ganz sicher, er meint mit den Teufeln oder mit den Engel, das war aber auf jeden Fall. Aber dann hat er eine Leistung geboten, da haben dann alle gesagt, jetzt darf er nicht mehr am Grabe reden, als er nämlich einem lieben, verstorbenen nachrief, gesund bleiben. Nein, nein, nein. Das war dann doch zu viel. Aber bei dem Begräbnis, da fällt mir auch etwas, das ist nicht so lustig, aber vielleicht, das war das Begräbnis vom Schönherr, vom Dichter Karl Schönherr, und das haben die Exel-Leute, die ja mit dem Schönherr, für die hat er ja alle seine Schwierungen geschrieben, meinem Mann erzählt haben. Und der Schönherr ist gestorben, es muss im letzten Kriegsjahr gewesen sein oder im ersten Nordenkrieg, also jedenfalls, wo es ganz schlecht war. Und das war das Begräbnis am Zentralfriedhof, nicht? Und das Arg wurde hinuntergelassen und die Exels, die Ilse Exel hat dieser Zeit, sind noch gegangen, irgendeinen Verwandten oder wenn, ein Grab zu besuchen. Und wie sie zurückgehen, kommen sie wieder am Grab vom Schönherr vorbei und der Sorg steht wieder oben. Und sie gehen hin und der eine Totengräber oder Sorgträger oder wie die heißen, steht daneben und die sagen, was ist denn los, wieso haben sie den Sorg wieder da herabelt? Und dem war das peinlich. Und dann haben sie gesagt, na ja, wissen Sie, meine Kollegen sind nämlich beim Buchen die Zigaretten runtergefallen und der Sorg ist auf die Zigaretten gestanden und jetzt haben wir ihn wieder raufgekommen, weil wir ja die Zigaretten, das waren die Zähne und die Zigaretten so Dinger, dass man den Sorg wieder heraufgekommen hat. Ja, ja, ja. Und das passt so wahnsinnig zum Schönerr, Ja, genau. Das ist so skurril und so absurd, wie er teilweise war. Ja, ja, der Schönerr war ja auch ein gefürchteter Regisseur. Hat der Regisseur gefürchtet? Ja, Moment, er konnte es nicht, aber er ist, wenn sein eigenes Werk von ihm ist er gelegentlich im Burgtheater auf den Proben erschienen und hat begonnen zu erklären, nein, das müssen Sie ganz anders sagen, da müssen Sie rufen, Blut, Blut. Und der Hugo Tiemig, der mitspielte, ging dann zu ihm hin, sagte, Herr Doktor, wissen Sie, Sie sollten das den jungen Kollegen nicht so vormachen. Wissen Sie, uns Alten können Sie das so, ich so zeigen, aber bei den Jungen besteht ja die Gefahr, die spielen das dann wirklich so. Na ja, der Dressler war damals auch ein berühmter Schauspieler, großartiger Charakterspieler. Mit dem Text hat er gewisse Schwierigkeiten, ja, und eine seiner Gernsrollen war der Cyrano von Berserac. Nun hat der Cyrano von Berserac so eine Art Sprecharie. Das sind die Gaskonier Kadetten, ihr Hauptmann ist Castell Jaloux. Sie streiten, sie raufen, sie wetten und niemals geben Sie Ruh. Na ja, und eines Tages ist heute dem Dressler der Castell Jaloux von keinem Preis eingefallen. Aber ein routinierter Kollege, er hat einfach gesagt, das sind die Gaskonier Kadetten, ihr Hauptmann ist einer mit U. Und schon war der Werstgerät. Das muss man einführen. Das Skoda hat sich auch einmal sehr gut gerettet, wunderbar. Das Skoda hat ja so schön rezidiert, insbesondere auch, er hat das sehr gern rezidiert, den Erlkönig. Und der Erlkönig endet doch bekanntlich damit, dass es heißt, er reicht den Hof mit Müh und Not in seinen Armen, das Kind war tot. Also Skoda rezidiert das, hat einen kleinen Fehler gemacht, hat dann plötzlich gesagt, er reicht den Hof mit Not und Müh in seinen Armen, das Kind, warte. Und angeblich sollen es die Leute nicht gemerkt werden. Und die Leute, das ist eben, sehen Sie, das ist die große Kunst des Schauspielers. Da glaubt nämlich jeder, man hat sich verhört. Wenn man einen Fehler gemacht hat, ja, nicht ausbessern, sondern den Fehler garantiert, einen sind durchziehen. Ja, wie die Ehre. Dann glauben alle, ich habe mich verhört. Der Kainz hat behauptet, dass er das kann. Er hat gesagt, wenn er den Ferdinand spielt, es merkt niemand, wenn er am Ende des Ferdinand-Monologs zu Milford sagt statt, ich verwerfe dich ein deutscher Jüngling, ich verjünge dich ein deutscher Werfling. Das hat es gemacht. Er hat es so gesagt, dass die Leute... Nein, nein, jeder hat es... Vater Morgana muss das heißen. Aber es ist so absurd, dass jeder glaubt, das kann nicht stimmen. Ich habe mich verhört. Der auch, naja, dieser berühmte Ausspruch von ihm, kommt ein Kritiker und sagt, erklären Sie mich auf, warum diese Passage, warum sprechen Sie da im dritten Vers da auf einmal schnell, warum, sagen Sie mir den Grund, der denkt, ach, ich spreche schnell. Sagt er, naja, vorher sind es zwei langsame Sätze, muss ich schnell sprechen, sonst schlafen die Leute ein. Das ist eine berühmte Geschichte, wie der Kainz gespielt hat in Faust, und da stehen wir das sehr an, das war der Sonnenfels, oder ich weiß nicht, irgendeiner... Sonnental! Sonnental natürlich, und dann gibt es diese berühmte Geschichte, wo der sagt, kennst du den Faust? Und dann hat unten der Mephisto gesagt, den Doktor, der wieder oben gesagt, meinen Knecht. Und das war so, der hat sich so eingebürgert durch die Jahrzehnte, und der Kainz hat den Mephisto gespielt, und oben kam, kennst du den Faust? Und dann hat er gesagt, den Doktor! Ja. Das ist noch nie so klar, dass du das so auch sagen kannst. Den Doktor! Ja. Seine tolle Schauspielergeschichte, fassungslos. Na ja, dann gab es die Zeit. Wir haben ja damals eigentlich für das Publikum gespielt. Wir haben uns gefreut, wenn es den Leuten gefallen hat. Wir wollten nicht provozieren, wir wollten auch nicht enttabuisieren, sondern wir wollten den Leuten einen angenehmen Abend bereiten. Und das ist uns ja auch in vielen Fällen gelungen. Ich meine, heute passiert ja das tatsächlich so, dass manchmal Stücke gespielt werden, wo man in der Pause frische Freikarten ausgehen muss, weil selbst die Freikartler schon in der Pause weggehen. Oder da war neulich einmal bei einer in einer Vorstellung drinnen, und es hat ihm überhaupt nicht gefallen, und er wollte mitten im Akt aufstehen und weggehen. Sein Begleiter hat ihn niedergedrückt, und er hat gesagt, das kannst du nicht machen, wir haben doch Freikarten. Also gut, blieb er sitzen. In der Pause, aber sprang er wieder auf und wollte weggehen. Und er sagt, ich hab dir doch schon gesagt, wir haben Freikarten, wir können nicht weggehen. Er sagt, Moment, ich geh an die Kasse und zahl, und dann kann ich gehen. Aber da war, wegen Weglaufen, fällt mir eine Geschichte ein, dass der Janik, also unser Ed, hat gespielt bei meinem Mann von Tennessee Williams, Camino Real, und das war damals sehr, weiß ich, extrem und modern und alles. Und er spielte einen Boxer und kam über die Feuerleiter und was weiß ich, und musste dann also durch den Mittelgang hinauslaufen und fahrt zum Publikum, so gefragt, wo ist hier der Ausgang, wo ist hier der Ausgang? Und bei der Generalprobe rennt er da hinaus und sagt, wo ist hier der Ausgang, wo ist er? Sagt er, da hinten, warten Sie, komm gleich mit. So wie sie in Hamburg die Stühle von Tennessee Williams gespielt haben und das ist eine Szene und das war also auch, die Leute sind etwas merkwürdig unten gesessen, befremdet von diesem Stück, also vor 30 Jahren, das ist das erste Mal aufgeführt worden und dann haben die gesagt, wo ist ein Stuhl, wo ist ein Stuhl, wo ist ein Stuhl, hat Unterlehr aufgeschrieben, gleich werden zwei Frauen. Na ja, das erste Mal mit Zimmertheater in Hamburg habe ich erlebt, dass eine Schauspielerin, da saß aber wirklich, also hier war die Schauspielerin, hier begann schon die erste Reihe, das musste man verkraften und die hat eine Zigarette in den Mund genommen und schon hat der Herr in der ersten Reihe ihr Feuer gegeben. Ja, das finde ich aber interessant. Zick, zick, zick. Er schwingt etwas aus Feuer. Wir haben in den Außenbezirken auch Spielstellen gehabt, wo die Leute die Füße auf die Bühne gekriegt haben auf der ersten Reihe. Und das machen jetzt komischerweise, neulich war eine Vorstellung für Jugendliche, und da hat es mich wirklich gestört, in der ersten Reihe einer so gesehen mit den Füßen auf der Bühne und da bin ich wirklich so hingegangen, hab so geschaut, als man da ein Blumenblatt hatte ich ein bisschen Zeit und hab so mit dem Kopf geschüttelt und dann hat er es runtergenommen. Ja, hat er es runtergenommen. Ja, so erlebt man. Denn dort ist ja Platz, ich meine, da kann er es ja wirklich liegen. So erlebt man halt beim Theater eine Menge lustiger Dinge. Gott sei Dank. Über die ernsten Dinge. Da wollen wir vielleicht ein anderes Mal reden. Es gibt ja genügend ernste Sachen auch. Angst, Ernst, Nervosität, eine köstliche Sache war natürlich immer mit dem Kortner. Denn der Kortner hatte ja einen treffenden Witzen. Also wie das erste Mal die Elisabeth Berner nach 1945 wiederum in Deutschland gespielt hat. In Berlin? Nein, das war in Düsseldorf, auf die tiefe Blaue See. Ja, ja, die plus Sie. Ja, aber die Aufführung, die erste war in Düsseldorf. Und Regie führte ein Herr Mittler. Dieser Herr Mittler war auch ein Emigrant, aber der Kortner hat ihn nicht sehr geschätzt. Was dann hervorging aus einem Telegramm, das er da Elisabeth Berner schickte, in dem Telegramm hieß es nämlich, liebe Liesl, gratuliere zum Riesenerfolg, trotz Hitler und Mittler. So, aber ich glaube, jetzt haben wir lange genug uns über alle möglichen und unmöglichen Dinge unterhalten. Langsam geht die Zeit zu Ende und langsam wollen wir wieder in unsere liebe Familie zurückkehren und wollen daran denken, dass das heute, so hoffen wir, eine einmalige Ausnahme war. Und hoffen, dass die Kollegin bald gesund wird. Dass die Kollegin und dass wir überhaupt alle noch häufig weiterhin gesund bleiben. Und dann hoffen wir natürlich, liebe Seherinnen und Seher, dass Sie uns diesen heutigen Nachmittag nicht übel nehmen, dass Sie uns verzeihen, dass wir Ihnen heute statt einer Fortsetzung der lieben Familie ein bisschen was aus unserem Leben erzählt haben und vor allem haben wir eine große Hoffnung. Beim nächsten Mal, da sind wir alle wiederum, die liebe Familie und beim nächsten Mal hoffen wir sehr, dass Sie alle wieder zu unserer lieben Familie gehören werden. So, und jetzt, liebe Freunde, schenken wir uns noch was ein. Schenken wir uns noch was ein? Oh, bitte sehr. Schenken wir uns noch was ein? Wir haben das. So, wer will noch ein Kaffee? Ja, ich habe bald ein Kaffee. Ja, ich werde das also nicht mehr, das wäre noch Vorstellung, aber ein bisschen zu viel vielleicht. Na ja, was macht Sie denn heute noch? Was gibt es heute im Theater? Was ihr wollt. Ach so, das ist ein Kassian. Ach ja, bei heute ist was ihr wollt, natürlich. Da ist jemand an die Kassa gekommen, an die Kassian. Ich habe wieder geschickt, dass ich heute... Ach so. Und hat gefragt, was spielen Sie heute? Was spielen Sie heute? Hat man eben gesagt, was ihr wollt. Hat sie gesagt, na dann möchte ich das Weißere. Ja, ja. Na ja, es war jetzt herausfordernd. Auf was ihr wollt, muss ich unbedingt... Ich weiß auch mal, bei uns war mein ein Quartier und da wurde angerufen, was wird denn heute? Hat er gesagt, ja, im Haupthaus spielen Sie Pitsch Malone und in die Außenbezirke die Neff als Onkel. Ja, das ist so wie der, der dann an die Kassa kommt und sagt, geben Sie mir zwei Karten für die eine Schicht, Schanik, aber was, geben Sie mir zwei Karten für den Freischitz. Das ist ja auch wirklich sehr schwer. Das ist ja auch wirklich